Wir wollen euch heute zeigen, wie man Eiswürfel mit Gummibärchen dafür macht. Mit einem Gummibärchen legt ihr in jedes Fach ein Gummibärchen rein. Und dann gucken wir, wenn wir das eingefroren haben, ob das schon fertig ist, dann dürft ihr euch die Eiswürfel in eure Wassergläser reintun. So, jetzt dürft ihr da ein bisschen Wasser reingießen, überall. Versuchst du es mal so voll zu machen, wie es geht. So, jetzt sind wir schon fertig, du darfst das da rausnehmen und dir dein Glas tun. Eiswürfel. 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 Mannen. Zhong. ambscale粉い pillars. Dannt alle Te scri 알고ب. culminbe. Wirkern an. Wirkern alles ein bisschen darüber in Bedenken. Wirkern. Für Este ist ein bisschen. Es hat ist ein bisschen Schlager.